So, und da sind wir auch schon wieder zurück in der Kantine. Ja, wir sind jetzt kurz davor, das komplette Spiel zu beenden. Wir sind in der Episode 6, wie immer. Fünftes Kapitel. Wie das heißt, das erfahrt ihr jetzt. Jedi Schicksal, Kapitel 5. Los geht's. Schicksal, Kapitel 5. Los geht's. Schicksal, Kapitel 5. Los geht's. Was, wir kämpfen gegen den Imperator, also es gibt es schon noch nicht. Ich hab' gesagt, das käme erst ganz zum Schluss. Aber, naja, dann wird das Finale umso spannende. die kämpfen hier in der winzer nein wird hiermit darf weder in kreis verraten wusstet ihr das oder wusste es jetzt ist jetzt so jetzt machen von den nicht mal eine andere farbe aussuchen doch blau grün ist viel besser als eine stadt sind wo ein der rot zu besonderer uns zum grün viel besser naja wir sind eben nicht die autorität und im parat untergraben ja sagen so ich denke naja ihr wisst was ich glaube ihr wisst was ich meine ja noch mal gerade den ventilator aufbauen könnte ich jetzt auch mal gerade gut gebrauchen denn wir haben jetzt hier 38 38 grad nicht sondern 35 grad und das ist warm genug so jetzt ist der schacht zum schacht spieler ein bock auf schacht jetzt hier doch hat man so geschafft nein alles nun aber jetzt haben wir auch dazugelernt und wissen wie der haselot ja wie schon gesagt wir haben jetzt hier 35 grad und wenn ich lade inzwischen jetzt auch mal wieder in das zimmer stehen da ist immer so arsch warm ich hoffe das wetter ändert sich in den letzten wochen oder auch in den nächsten tagen und ich habe kein also das kann sonnig bleiben nur ein bisschen niedrigere temperatur weil es schafft mich auf dauer auch jetzt hier ganz nie ist dabei zu kommentieren und ja deswegen werde ich mir ein vorrat an videos machen damit ich wenn doch mal so ein fall eintreten sollte dass ich dann nichts mehr machen muss und dann in die ruhe zurücklegen kann und mein ja 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 oder schönes sprit mit eiswürfen aber und jetzt krieg ich grad zu dir naja egal dann trinke ich so jetzt mal zurück zum hier sonst labe ich immer mit scheiße so das ist hier anscheinend irgendwie immer abwechslend spielen das ist mir gar nicht aufgefallen wenn der imperator uns ein in den mangel genommen hat mit seinem scheiß mit blitzen dann soja jetzt können wir eine dumme wache nehmen zwei dumme wachen warum sind das eigentlich immer zwei das muss man sich doch ein bisschen überlegen das ist der imperator und das hat eine Raumstation und hat nur zwei wachen und tausend von kürmchen also da ist irgendwie etwas falsch gelaufen und ich hoffe das dann bei den nächsten spielen dass sie dann so ein bisschen mehr mit Stimmen natürlich bla 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 dass sie da auch richtig was reden weil sonst hat man nur nichts und das ist auch bisschen behindert und so jetzt machen wir mal hier ein paar hier ein paar ein paar ein paar so ein bisschen Geld kann auch nicht schaden so dann jetzt kaufe ich mit dem letzten das ist dann für ein platt na aufzug oder sowas okay schwarze Marie und nochmal hey sehr richtig ja ich feiere wahrscheinlich noch nach Holland fünf Tage lang oder eine Woche lang keine Ahnung ich werde was nicht noch machen und dann könnt ihr auch ein bisschen mehr was miterleben so weil die anderen immer wenn ich Ideen habe finde dass die anderen fünf Stück scheiße und deswegen sag ich jetzt mal einfach nur so ohne die Masse zu sagen ja ich mach das wahrscheinlich schon wieder also kurz vor der Fahrt während der Fahrt wenn wir angekommen sind ab dem Strand noch welche und absterdamm welche kurz wieder was sind noch welche so ein zwei Videos reinschneiden so der Imperator hat nur noch zwei Leben bam und jetzt das große Finale wir werden nicht da weder töten der Meister bam r 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 So, und das Level ist auch zönerlich. Jetzt habt ihr auch mal gesehen, wie der Darth Vader ohne Marke Maske aussieht. So, wir haben auch Darth Vader die Figur freigeschaltet und ja, sonst keine. Vary, die Story ist 37%. So, wie viel Steine haben wir jetzt? Wenn ihr euch 100% oder mehr zu wenige Steine haben, also ich habe auch noch, als ich aufgenommen habe ich noch ein paar, ja, Figuren auch gekauft. Und ja, wir haben keine gefunden, leider, leider, leider. Ja, und jetzt noch 18 Sterne und jetzt hoffentlich war es das auch, oder? Mal gucken. Wir werden sehen, ob danach noch was kommt, aber, naja.